Ja, vielen Dank. Du hast an der Stelle zwar kein Argument geliefert gegen Auferstehung, aber hast deinen Koran zerstört. Finde ich richtig gut. Und dann, ach, das mit der Auferstehung stimmt doch gar nicht. Niemand kennt die Namen der Überlieferer und deren Überlieferer der Worte, so wie im Islam. Ja, also Nummer 1 erstmal, super Argument, oder? Stimmt nicht. Punkt. Super Argument. Ja, das stimmt nicht. Da braucht es ein bisschen mehr als stimmt nicht. Es gibt wahnsinnig viele und wahnsinnig gute historische Quellen, unter anderem die Bibel, aber nicht nur. Das zweite ist, dass es auch gar nicht stimmt. Wir haben schriftliche Quellen aus erster Hand, die direkt von denen stammen, die dabei waren. Johannes, Matthäus. Wir haben Berichte, die in Markus und in Lukas stecken von anderen, offensichtlich von Maria und so weiter. Wir haben auch außerhalb der Bibel eine Überlieferungskette übrigens. Zum Beispiel Johannes hat zu Polycarp gesprochen. Wir haben dann auch die Schriften von Polycarp. Also es gibt eine Isnat und sogar so kurz, dass wir super schnell bei schriftlichen Quellen sind. Anders als bei islamischen Quellen, wo es durch die Jahrhunderte geht. Und es ist ja nicht so, dass diese Isnats gleich mit überliefert wurden in dem Sinne, sondern die wurden oftmals später dann dazu geschrieben, oftmals auch gefälscht. Es gibt so und so viele gefälschte Isnats. Dann muss ich dich auch nochmal fragen, okay, wie vertrauensvoll ist denn das? Wie viele Überlieferungen gibt es denn? Wenn du dich einigermaßen auskennst, ungefähr 600.000. Und wie vertrauensvoll ist das Ganze? Wie viele werden denn dann immerhin noch anerkannt? Ja, von denen sind ungefähr wie viel? 8.000 oder wie viel? Also ungefähr 1,2 Prozent. Diese 98,8 Prozent, fast 99 Prozent, werden von Muslimen selbst erstmal aussortiert. Und wird gesagt, das ist alles erlogen. Das ist alles, was Lübner gesagt haben. Fast 99 Prozent sagen Muslime selbst. Gelogen. Lüge. Unsere Vorfahren haben uns belogen zu fast 99 Prozent. Das ist das, was Muslime selbst sagen. Und von dem, was authentisch ist, sind solche Dinge authentisch wie, dass die Sonne im Matsch untergeht. Das ist eine authentische Überlieferung. Das kannst du jetzt natürlich glauben. Oder du kannst sagen, ja gut, selbst die authentischen Überlieferungen sind nicht authentisch. Nicht alle. Vielleicht eher weniger. Und da können wir eine ganze Menge angucken, die authentisch sind, aber überhaupt keinen Sinn machen und offensichtlich falsch sind. Dann habe ich eine Frage, liebes Biberche. Ist eine Isnat vertrauensvoll, wie du das ausdrückst, in der ein bekannter Lügner und Betrüger ist? Ist so eine Isnat vertrauenswürdig? Eine Überlieferungskette, in der ein Betrüger und Lügner ist, von dem es bekannt ist. Hey, das ist ein Lügner. Jetzt jeder, der sich ein kleines bisschen auskennt, sagt, nein, natürlich nicht. Dann hast du, wenn du das zugibst, hast du gerade die Überlieferungskette des Koran zerstört. Weil Hafs ein bekannter Lügner und Betrüger ist. Lies mal, was islamische Quellen über Hafs sagen. Und Hafs ist der, der dir deinen Koran überliefert hat. Du hast gerade mit deiner eigenen Wissenschaft den Koran zerstört. Die echte Wissenschaft, die westliche Wissenschaft sozusagen, die hat mehr und bessere Werkzeuge. Du sagst, dass es nur auf diese Isnat ankommt, die beim Koran versagt, die bei den Haditen versagt, die zu 99% Lügen führt und selbst von denen, was als Wahrheit genannt wird, vieles noch klar falsch ist und Muslime selbst ablehnen und zunehmend mehr Muslime ablehnen. Selbst in Saudi-Arabien, der Prinz, der sagt auch, also die ganzen Hadite, die Überlieferung, die kannst du alle vergessen. Die Wissenschaft hat wirklich bessere Werkzeuge. Zum Beispiel Archäologie, dass man guckt, okay, was gibt es denn für Fakten, was gibt es denn für Steine. Steine kann man nicht fälschen in dem Sinn. Die sind vielleicht begraben seit Jahrtausenden, seit Jahrhunderten. Zum Beispiel die Steine in den Kiblas, in den Gebetsnischen. Da siehst du einfach, in welche Richtung das zeigt. Und da sieht man zum Beispiel, die zeigen gar nicht nach Mekka, die Ersten. Die Ersten ungefähr 100 Jahre, glaube ich, zeigen die nach Petra. Das zeigt uns wiederum, dass die ganze Geschichte vom Islam überhaupt nicht so stimmt. Das sagt Wissenschaft. Du gräbst einen Stein aus, du nimmst einen Kompass, du nimmst Satellitenbilder und so weiter und du siehst, okay, zeigt nicht nach Mekka, zeigt nicht nach Mekka, zeigt exakt nach Petra. Und das machst du bei den allen, allen ersten Moscheen und da gibt es nicht, das ist halt nicht eine gewisse Abweichung, eine gewisse Toleranz, die es da gibt. Nein, nein, die zeigen alles sehr genau und zwar sehr genau nach Petra. Und die mussten natürlich auch sehr genau Himmelsrichtung bestimmen können, sonst wären sie in der Wüste relativ schnell gestorben. Aber die kannten sich mit Navigation aus wie wahrscheinlich kein zweites Volk an der Stelle. Aber, ja, vielen Dank. Du hast an der Stelle zwar kein Argument geliefert gegen Auferstehung, aber hast deinen Koran zerstört. Finde ich richtig gut.